Herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf unserem Kanal sofort und gleich. Hey Leute, Epic Games hat uns in das Supporter Creator Programm aufgenommen und nun haben wir unseren eigenen Creator Code. Wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann klickt im Itemshop unten rechts in der Ecke auf Supporter Creator, klickt dann auf Annehmen und schon unterstützt ihr uns kostenlos. Denkt daran, dass ihr alle zwei Wochen den Creator Code neu antragen müsst und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir gehen in einem Shop vom 31.08.2019. Wir haben im Shop einen neuen Emote, das war es eigentlich. So, dann gehen wir, fangen wir direkt an beim Mobster, beziehungsweise beim Oli. So, wie viel gibt es denn? Der Doco, ja, kriegt von mir 6 von 10. 6 von 10, ja, von mir kriegt er 5 von 10. 3,995 bei 77 Wochen. 5 von 20.08.2019 im Shop gewesen. Seitdem 5 mal und 34? Das Kauknochen ist ein naturale Schnitzelsputz. Der gaine 돌�ige Wheel. Der選tt черtenesair. Es kann das für den Robben ir мозemitismus. Und die d Für den마iddenudin von mir, Erik Eеровngen. 3 von 1.08. 2,77 bei 22 Wolfsburg am 26. Mai 2019 im Schock gewesen, seitdem 5 Mal und 3 Reminders. Wuff, äh, 4 von 10. 5 von 10. 2,47 von 5 bei 17 Wolfsburg am 26. Mai 2019 im Schock gewesen, seitdem 5 Mal und 5 Reminders. So, dann sind wir auch schon durch mit dem, oh, da haben wir links, achso, die Katastrophe, genau, die Katastrophe. Äh, 4 von 9,255 bei 13 Wolfsburg und 2 Reminders. Ja, der Sonnenstich. Der Sonnenstich, ähm, hat eine Benotung von 2,55 bei 1 Wolf und 1 Reminder, dann war es das auch von dem Set. Dann kommen wir zum, ja, zu diesem Weg des Kieges, zum Heim. Für 2.000 MiWax, dreh die mal bitte kurz rum und schau mal dieses Backpack an. Zoom da mal bitte ran, das Kätzchen da hinten. Dann haben wir noch verschiedene Styles, genau, das Kätzchen da hinten dran. Zeig das Kätzchen da mal richtig. Das kennt doch jeder. So, guck mal, die Leute, die es noch nicht kennen. Ja, Heim finde ich ein bisschen, also ohne diese komische Maske finde ich die gar nicht so schlecht. Also da sieht sie eigentlich echt cool aus. Äh, 8. Und da kriegst du von mir 8 von 10. Ähm, 4,285 bei 187 Wolfsburg, das ist am 24. August 2018 im Schock gewesen, das ist ja den 10x und 273 Reminders. Ähm, dann kommen wir zum Moussa. Moussa, auch der hat ja jetzt verschiedene Styles und auch der... Da finde ich ihn aber jetzt so am Biss. Echt, findest du den mit der Maske da am besten? Findest du ihn da mit der Maske am besten? 7 von 10. Ja, passt. 3,155 bei 227 Wolfsburg, das ist am 24. August 2018 im Schock gewesen, das ist ja im 10x und 38 Reminders. Ja. Dann kommen wir noch zur Katzenkralle. Die Katzenkralle für 800 Biwax, ja da ist ja dieses Kätzchen da dran gebunden und so ein Teil hätte ich gerne zu Hause rumstehen. Finde ich eigentlich ganz cool, kriegt von mir 7 von 10. Das habe ich auch. 3,155 bei 31 Wolfsburg, das ist am 24. August 2018 im Schock gewesen, das ist ja im 10x und 8. 10x und 2,205. Meines, schnurrtastisch? Schnurrtastisch, ja, tollen Standardgleiter, der nicht wirklich gut aussieht, kriegt von mir 3 von 10. 2 von 10. 3,395 bei 18 Wolfsburg, das war am 24. August 2018 im Schock gewesen, das war es auch von dem Sitz, jetzt kommen wir schon noch zur rechten Seite, das ist ja im Wagemut. Wagemut, ich dachte es wieder mit dem komischen Roboter da hinten drin, wenn du das mal umdrehst, im Backpack, oder? Ne, was ist denn das? Ne, das ist was anderes. Äh, keine Ahnung, Osterei. Kriegt von mir 5 von 10. Ja, passt. 3,755 bei 12 Wolfsburg, das war es am 16. Juli 2019 im Schock gewesen, das war es zweimal. Kann doch ein Staubsauger sein. 18, ach Gott. Die schleppten Staubsauger mit sich rum. Sauberer Groove für 500 V-Bucks, mega cool, das Teil, kriegt von mir 10 von 10. Von mir auch. 4 von 5 bei 30 Wolfsburg, das war es am 29. Dezember 2018 im Schock gewesen, zu dem 6x45. Tafi, sieht kacki aus. Tafi ist kacki, für 300 V-Bucks, kriegt von mir, ja, so kacki, ja, schon kacki. 5 von 10. 4 von 10. 2 von 5 bei 1, Woten Iron Manor. Das ist ja auch neu. Das ist so neu, die Tafi ist neu, ne? Irgendwie oder nicht, haben wir noch gar nicht gesehen, genau, guck mal da durch hier. Ja, schön oder wunderbar. So Hüpfel haben wir es mega cool. Bouncer finde ich mega geil, kriegt von mir 10 von 10. Von mir 8 von 10. 3,5 von 32 Wolfsburg, 22. Juli 2019 im Schock gewesen, dem 5 von 7. kann man das dann den krawallkumpel bewertung vom krawallkumpel ist ich finde so schlecht krieg von der 6 von 10 zu 93 56 von 1 august 2019 im shop gewesen und dann sind wir auch schon bei dem neuen immer immer mit der ruhr ja epic games bringt euch auch nichts mehr mit immer mit der ruhe so ja auch für 200 wie bach kommt ein bisschen spät ich sage nur so immer mit der ruhe für 200 wie bachs finde ich aber eigentlich ganz witzig irgendwo ganz cool und wenn man auch von der ganzen situation absieht ist er gar nicht so schlecht kriegt von mir 9 von 10 6 von 10 1 von 5 bei einem voten wenn es euch gefallen dann lasst mir den daumen noch annehmen ist das bei dem job ja den job also ja ich gebe dem shop eigentlichen hated definitiv endet da ist irgendwie so gut wie gar nichts bis auf die emotes dazwischen wo ich sage geil ja okay also edit passt hated 1438 stück jetzt mehr 579 und love it 546 also wenn es euch gefallen hat das begann daumen nach oben da schreibt was in die kommentare abonniere unser kanal kostenlos und so ist unsere zuvor der kritik oder zuvor du weißt tv bis dahin noch ein und tschüss